Ja, guten Tag erstmal, nicht? Ohne die typische Ansage, ich hoffe es funktioniert. Ja, heute ist der Tag nach dem Video, was Tobi eingestellt hat und ich werde jetzt auch nicht großartig viel erzählen, weil wir stehen hier vor einem Weltereignis, was wir uns angucken müssen. Tobi kennt es schon, ich kenne es noch nicht. Um mal schon so ein bisschen Blick zu machen, es geht natürlich um eine Menge Rauch. Weiß nicht, ob man es sieht wahrscheinlich. Nein, das natürlich nicht, wir drehen uns mal um 180 Grad. Kann man es erkennen? Ja, wir werden fokussiert. Der Kenner weiß, wo wir sind. Der Kenner weiß es, ich weiß es jetzt auch. Peter Heinrichs, die, was war es, Außenstelle, oder? Wie nennt sich das? Schloss Heinrich. Schloss Heinrich, wir sind Chateau-Henri. Und da gehen wir jetzt mal rein und gucken uns das mal an. Ja. Alter, und das ist nur einer der Verkaufsräume. Nicht randalieren. Ich weiß, man sieht jetzt nicht so viel, weil ich es nicht fokussiere, aber einfach mal nur für den Eindruck. Einfach mal nur für den ersten Eindruck. Das ist nicht so viel drin, schauen wir mal. Das ist immer so ein kleines Nächstenfaden. Und da sind sich auch fünf verschiedene Umgangs- und Sumperteiler. Weil es sind natürlich wenige Jahre alt. Absolut. Dann ist das mal letztlich erstmal. Und dann wollen Sie sich auch wieder. Und Sie können mal am Anfang des Zellermann-Bänken, oder? Das ist jetzt. Ja, ja klar, wir hatten das, wir haben den Anfang November bekommen, den Adventskalender, und da haben wir auch bis zum 1.12. noch, ich glaube, 10 Prozent drauf, oder? Aber jetzt haben wir noch vorstehen. Oh Mann, ich sehe schon die erste Puppe, die mir gefällt. Ist ja auch ein Jahr schnappig. Ja, klar. Ja, ja, dann schmeckt er wahrscheinlich noch besser. Aber der muss schon größer Längel. Ja, klar. Ja, ich habe einen kleinen Längel. Alles klar, super. Okay, völlig gut. Das ist ein Geschenk. Das ist ein bisschen Struktur. Das ist ein bisschen Struktur. Das ist ein bisschen Struktur. Und dann können wir die halt auch schnell nicht mehr machen. Ist auch wichtig, wenn du die Pfeife trinkst. Und dann hat... Ja. Das ist ein bisschen Struktur. Ja. Vielen Dank.